Schminkverbot! Mobbing! Die Katze verrät neue Geheimnisse Endlich ist es soweit, Fans dürfen sich auf eine ganz neue Seite von Daniela Katzenberger, 31, freuen. Am Donnerstag erscheint ihr erstes eigenes Magazin und das könnte umfangreicher kaum sein. Denn auch, wenn man dachte, dass bereits jedes Detail ihres Lebens öffentlich diskutiert wurde, lüftet sie das ein oder andere Geheimnis. Ob Schminkverbot im Denialter, Mobbing in der Schule oder ein holpriger Start mit ihrem Lukas Korterlis, 50, die Katze ist auch nach Jahren im Showbeats noch immer für eine Überraschungsgeschichte gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017